Musik Die Kalle Gruß Roja ist im November und Dezember 2022 an jedem Wochentag nach Farbzonen zugänglich. Das Gebilde de la Palma hat nach der Sitzung des PNPAL-Beratungsausschusses den Zugangszeitplan mit Bekleidung für die Bewohner von Puerto Naos und La Bombilla für die Monate November und Dezember organisiert. Nieves Rosa Arroyo erinnert daran, dass das Gebiet von Puerto Naos weiterhin farblich in sechs Gebiete und das von La Bombilla in vier Gebiete unterteilt wird, deren Struktur den Zugangsarten je nach Gefahr und Gaskonzentration in Haushalten entspricht. Diesen November werden wir zur gleichen Zeit wie im Vormonat mit der Begleitung der Bewohner der Straße Gruß Roja beginnen und Sie können die festgelegte Zeit in Ihren Häusern verbringen. Immer mit den Sicherheits- und persönlichen Maßnahmen. An jedem Wochentag wird eine andere Farbzone zugewiesen. Die Einlasszeit für Einzelpersonen ist von 10 bis 12.30 Uhr. Mit dem Hausverwalter oder verantwortlichen Eigentümer oder mit dem begleitenden Personal für die Organisation des Bereichs und Belüftung der Gemeinschaftsräume ist der Einlass bereits um 9 Uhr möglich. Alle Personen müssen unter HTTPS permiso lapalma.es slash solicitude den QR-Code erhalten und vom Beratendausschuss des PNPAL autorisiert sein, indem Sie die Farbe im Abschnitt Tasks AUTHORISIZ PNPAL unter dem Verwalter Ihrer Nachbargemeinschaft angeben. Quelle der Nachricht cabildo-delapalma.es Gute Nachricht für die Straßenarbeiter und Wanderer auf La Palma. Denn die Casa de Camineros, das sind Häuser für Straßenarbeiter und Wanderer, in Las Manchas und Fuencaliente wurden renoviert. Am Anfang des Videos ist das Gebäude von Fuencaliente vor und nach der Erneuerung zu sehen. Von Las Manchas liegt leider nur ein einziges Foto des Hauses vor, welches später eingeblendet wird. Die Abteilung für Infrastruktur des Cabildo de la Palma stießt jetzt die Modellisierungsarbeiten und Verbesserungsarbeiten der vom Fulkanausbruch betroffenen Casa de Camineros de Las Manchas ab. Der Vizepräsident des Cabildo und Minister für Infrastrukturen, Perdomo, hat betont, dass die Abdichtungsarbeiten am Flachdach bereits abgeschlossen sind, durch die das Wasser infolge der Wirkung der während des Vulkanausbruchs freigesetzten Asche gedrungen ist. Darüber hinaus wurde das Anwesen sowohl außen als auch innen gestrichen. Es bleibt nur noch die Fertigstellung der Fliesenarbeiten. Wir unternehmen weiterhin Schritte, damit die vom Fulkanausbruch betroffenen öffentlichen und gemeinschaftlichen Räume die Normalität und Lebensqualität wiedererlangen, die durch die Naturkatastrophe ernsthaft beeinträchtigt wurde. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank!